Na nun, was ist denn das? Das ist von der Behörde für Umweltverschmutzung. Beschwerden über Ihren alten Traktor? Zu hoher Schadstoffausstoß. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr veralteter Traktor am 13. dieses Monats von unserer Behörde offiziell beschlagnahmt werden wird. Aber das ist ja heute, äh, am 13. des Monats um 3 Uhr. 3 Uhr? Das ist jetzt. Alles klar, Walter. Und jetzt weg mit ihm. Wird erledigt. Halt, halt. Das könnt Ihr doch nicht machen. Anweisung der Behörde, Jan, und es wurde auch Zeit. Aber das könnt Ihr nicht machen. Weg mit ihm, ja. Schlingender Schrott. Altes muss weg. Altes muss weg. Altes muss weg. Ihr dürft ihn mir nicht wegnehmen. Nein.